Was ist das? Was ist das? Ihr redet immer von große Aktionen. Ich gebe euch die Möglichkeiten dazu. Valentin! Was ist das? Was ist das? Die Kunden gehören einfach mir dazu. Naja, aber ein Danke wäre schon mal ganz schön. So toll waren Ihre Leistungen auch nicht. 20% mehr Umsatz ist nix, aber wir haben... In der Wirtschaftslage können Sie froh sein, wenn Sie Ihren Job behalten. Na, du aber auch. Hier ist ja nicht mal die Software legal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.